Das ist Felicity, ich bin der David. Wir wohnen in Zürich. Sie ist ursprünglich aus England, aber sie wohnt und arbeitet in der Schweiz. Ich zeige ihr immer gerne etwas von der Schweiz. Wir reisen ein bisschen herum. Ich habe auch eine Vespa und mache mit dieser Touren. Ich wollte mit ihr schon immer über den Klausenpass fahren. Dann habe ich die Aktion von Mazda gesehen, dachte ich, das ist perfekt. Dann können wir mit einem schönen Auto über den Pass fahren. Das hat sich jetzt gelohnt. Das Auto ist super, mit dem offenen Verdeck zu fahren. Das Wetter ist gerade gut genug, dass man offen fahren kann. Die Landschaft ist immer noch wunderschön, auch wenn es keine Sonne hat. Die ganze Landschaft ist ursprünglich, vor allem an der Urnenboden, mit alten Alphäuser, mit den Kühen, die neben der Strasse im Gras sind, mit den Bäumen, mit Felsen auf beiden Seiten. Also eine schroffe Landschaft. Und dann natürlich die Strasse ist wunderschön. Und dann einfach mit, vor allem hier von der Linthaler Seite, mit den Kurven, grossen Radien, die wir super fahren müssen. Oh, es ist schön. Meine Eltern kamen zu mir aus England. Und sie haben eine Auto und fahren über den Pass. Und es war einfach schön. Auch wenn es regnet, es war schrecklich. Tschüss. 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 Tschüss.